Hallo, ich bin Charlie und ich bin Sarah und wir sind ein Teil des Mnehme-Kollektivs. Wir glauben, dass Kinder im Grunde die Begeisterung für Kunst und Kultur alle mitbringen, also dass wir die nicht wecken müssen und wir wollen deswegen die Kinder einfach regelmäßig mit neuen Tanzformaten und eigenen Bewegungserfahrungen in Berührung bringen, damit sie sich ihren fantasievollen Blick auf Kunst und Kultur möglichst lange erhalten können. Auf dieser Sternenreise erforschen wir mit den Kindern gemeinsam drei unterschiedliche Sterne und auf diesen Sternen herrschen ganz andere Naturgesetze als auf der Erde, wodurch sich die Kinder dann auch ganz anders und ungewohnt bewegen. Zwischendurch und immer wieder werden die Kinder aber auch zum Zuschauer und können aus dem Bühnenbild uns Darstellerinnen beim Tanzen zuschauen und so verbinden wir eigentlich einen improvisationsbasierten Workshop mit einer Tanztheatervorstellung und einer angeleiteten Nachbesprechung. Untertitelung. BR 2018